Ich bin Isabel Grünewald und an dieser Stelle präsentiere ich Ihnen von Montag bis Freitag eigentlich eine kurze Auswahl an Nachrichten von Heise Online. Heute möchten ich und meine Kollegen von Heise Online, der CT, der IX, Technology Review, der CT-Fotografie und der Make Ihnen einfach nur ein paar geruhsame Feiertage wünschen. Natürlich finden Sie auch in den kommenden Tagen alle aktuellen IT-News auf heise.de. Und von mir hören Sie wieder am 27. Dezember. Dann blicke ich zurück auf die Ereignisse des vergangenen Jahres. Welche technischen Highlights kamen auf den Markt? Was hat uns bewegt? Worüber wurde in den Heiseforen heiß diskutiert? Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche Ihnen frohe Weihnachten.